Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und gute Laune, was vielleicht manchmal auch miteinander zu tun hat. Wir sind eine größere Redaktion, die regelmäßig Bock drauf hat, über Dinge zu sprechen, die im Heimkino erscheinen, die eigentlich auch im Kino erscheinen ja und generell irgendwo zu gucken sind. Mit dem Kino, da wird das so schnell nichts werden und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir bis Ende Januar wieder mal im Kinosaal sitzen können und insofern sind es die Heimkinostarts, die uns hier beim Tele-Stammtisch aktuell sehr beschäftigen. Wir beginnen mit der Besprechung der vierten Staffel von The Crown und da ist der Mo totaler Fan von und der hat sich seine bessere Hälfte geschnappt, die Paula und die beiden haben über die vierte Staffel von The Crown gesprochen, die man wohl auch gucken kann, ohne die ersten drei Staffeln zu kennen, weil die wohl alle unabhängig voneinander aufgebaut sind. Es folgt die Besprechung der Serie ist es, glaube ich, Home Before Dark. Das Ding haben sich in dem Fall Mo und Paul gegeben. Das Ganze kann man wohl aktuell bei Apple TV Plus gucken und ja, da an die Jungs wohl scheinbar Bock drauf und wollten das Ding für euch besprechen. Es folgt zu guter Letzt dann noch die Filmkritik zu Haus der Geheimnisse, ein Tiberius-Film-Film und ja, den haben wir uns gegeben. Wir sind in dem Fall niemand geringeres als Tobias und Sam. Die beiden haben den Film für euch analysiert, wie man das bei einem Tiberius-Film halt eben so macht und für euch ein angenehmes Doppel aufgezeichnet. Leute, viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Heute wird's königlich beim Telestammtisch. Hallo, hier ist Mo und bei mir heute zum allerersten Mal ist Paula. Hallo. Hallo. Ja, warum wird's königlich? Wir wollen einmal über The Crown reden. Die vierte Staffel ist gerade bei Netflix gestartet. Zehn Folgen dieser spannenden historischen Serie und wir haben uns die letzten Sonntag alle auf einmal angeguckt. Ja, alle auf einmal. Und für dich war das ja die erste Staffel von The Crown. Du hast die Staffeln 1 bis 3 nicht gesehen. War das ein schwieriger Start oder? Nö. Also ich war überrascht, dass ich tatsächlich gar keine Vorkenntnisse gebraucht habe. Ich hab eigentlich überhaupt rein gar nichts mit den Royals zu tun. Interessieren mich normalerweise gar nicht. Aber durch die Medien ging das natürlich durch The Crown, Staffel 4, ein Must-Have und ich hab mich da ein bisschen einlullen lassen und ich habe es auch nicht bereut. Einlullen lassen dann eben von mir. Im Grunde gab es am Sonntag gar keine Wahl. Das Essen war vorbereitet, wir saßen auf dem Sofa, also wurde The Crown geguckt. Ja. So, dann The Crown. Staffel 1 bis 3 lassen wir jetzt mal außen vor. Staffel 4 hat wie gesagt 10 Folgen, die sind immer so zwischen 40 bis 60 Minuten lang und das Ganze ist eingestuft als Drama. Jetzt kann man gleich direkt vorweg sagen, momentan sind die Medien ein bisschen voll davon, wie wahr ist es diesmal. Das war nicht so das Problem bei den ersten drei Staffeln, wie viel Wahrheitsgehalt liegt da drin. Diesmal ist es aber so, dass sich tatsächlich wohl die Royals gegenüber der Mail on Sunday geäußert haben, dass sie diesmal nicht so amused sind von dem Ganzen, denn Charles kommt sehr schlecht weg. Und da hast du dir ja auch eine Notiz hier gemacht. Ja, also der Charakter oder der gespielte Charakter von Charles hat mich richtig wütend gemacht, muss ich sagen, zwischendurch. Also zwischendurch hat mich das wirklich, also ich war ganz bos, wie der sich benommen hat. Also wie ein also ein verzogenes Kind, die als erwachsener Mann wohl bemerkt, aber das war nur so mein Empfinden. Ja, und das ist genau der Punkt, um den es auch geht. Wir sehen in der vierten Staffel den Zeitraum 1979 bis 1990. Es gibt zwei tragende Elemente in dieser Staffel, und zwar ist das einmal der Auftritt und Abtritt von Margaret Thatcher als Premierministerin und das Kennenlernen und die Ehe zwischen Prinzessin Diana und Prinz Charles. Interessanterweise wird zu der Darstellung von Frau Thatcher momentan in den Medien kaum was geschrieben, weder positiv noch negativ. Das geht unter alles in der Geschichte, dass das Liebesdrama, was wir hier zu sehen bekommen, nicht ganz der Wahrheit entspricht. Charles wehrt sich natürlich dagegen. Er ist nicht so ein eiskalter Fisch gewesen, er war nie so kalt, aber es ist natürlich auch nicht von Hand zu weisen, dass er halt 25 Jahre lang eine Affäre mit Camilla Parker Bowles hatte. Also, naja, die Serie ist ja auch nicht für die Royals gemacht, die haben auch schon mehrfach gesagt, sie gucken das eh nicht. Also insofern geht es ja jetzt hier mehr so um uns. Maßgeblich also die beiden Stränge, Thatcher, Diana und Charles, was hat dir mehr gefallen? Schwer zu sagen, also ich bin ja für Frauencharakter und besonders starke Frauencharakter, deswegen fange ich mit Margaret an. Ich fand sie am Anfang super unangenehm, das sollte sie ja auch sein, so ein bisschen, naja, so eine Person, die man eigentlich nicht so gerne um sich hat. auch, wir haben es ja im Original geguckt, die Stimme war auch sehr, ja, die war sehr rauchig, sehr alt und langsam, wie sie gesprochen hat, so einfach total unsympathisch und so kam sie auch rüber. Zum Ende der Staffel wurde sie, wie soll ich sagen, etwas menschlicher durch, darf man das sagen, durch private Gegebenheiten, die da passiert sind mit ihrem Sohn, war sie ein bisschen zugänglicher, aber auch nicht so richtig. Also man hat sich immer gefragt, was stimmt nicht mit dieser Frau? Und mit der Queen kam sie ja auch nicht so richtig zurecht, aber es war wahnsinnig interessant, wie das dargestellt worden ist. Also wirklich, man hat da richtig mit offenem Mund davor gesessen und dachte, nee, ne, gibt's doch nicht. Ja, und das ist tatsächlich so, wenn man Margaret Thatcher vorher noch nie sprechen gehört hat, dann wirkt das, als wäre das aufgesetzt. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern sie hat tatsächlich so gesprochen und das war auch früher schon immer ein Thema, denn sie wurde natürlich immer super gerne von Satirikern, ich denke da mal an Spitting Image, wurde sie halt eben verarscht, auch wegen der Art, wie sie redet und das ist also wirklich on point. Und die Darstellung an sich von Margaret Thatcher, dargestellt von Gillian Anderson, die wir natürlich alle aus den X-Akten kennen, wie hat dir das gefallen? Ja, sensationell, also wirklich, wirklich, ich konnte das gar nicht glauben, dass es die gleiche Frau ist, also in der Rolle wirklich gut aufgegangen. Ja, Akte X habe ich auch nie geguckt, daher sagt mir das jetzt auch nichts, aber ich habe mir da trotzdem die Dame mal gegoogelt, also hat sie echt toll gemacht. Also ich, hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, mir selber auch, ich fand die Darstellung wirklich gut und es ist wirklich hier Segen und Fluch, wenn man sich mit der Politik von Margaret Thatcher und die Art, wie sie dargestellt wird, auseinandersetzt, dann ist es tatsächlich so, dass es Momente gibt, die einem diese Person näher bringen könnte und man könnte auch versucht sein zu sagen, dadurch erklärt sich das ein oder andere. Und ich habe selber Freunde auch in England, die können sich das genau aus diesem Grund nicht ansehen. Die sind große Gegner der Falklandkriege gewesen, die hier auch ein Thema sind und die wollen auf gar keinen Fall, dass die eiserne Lady in irgendeiner Form eine persönliche Note bekommt und das ist hier in Teilen der Fall. Man versteht, warum sie Entscheidungen trifft, aber man sieht auch, dass sie zum Teil Entscheidungen eben aus den falschen Beweggründen gemacht hat, beziehungsweise liegen gelassen hat, einige parteiliche Dinge, als dann zum Beispiel ihr Sohn damals verschwunden ist. Das wird auch kurz thematisiert. So, Charles und Diana, das Riesending. Diana gespielt von Emma Corinne, die war vorher in vier Folgen von Pennyworth zu sehen. Das ist auch eine Serie, die man, glaube ich, bei Netflix sehen kann. Mir war sie komplett unbekannt und ich fand sie wirklich sehr, sehr gut. Ja, das kann ich nur, das kann ich bestätigen. Also ich konnte es gar nicht glauben, wie ähnlich die beiden sich, ja, oder wie ähnlich sie sich waren, auch von der von der Gestik und auch wie zerbrechlich und toll sie sie dargestellt hat. Also man, man, man hätte ja zwischendurch denken können, oh Gott, ich will die beschützen in irgendeiner Art und Weise, weil dieses kindliche, zerbrechliche, was sie ja am Anfang ja war, sie war ja auch noch ein Kind, als sie geheiratet haben, in der Tat. Oder auch das naive, wie sie da reingekommen ist in die Royal Family. Ja, war einfach sehr, sehr gut dargestellt. Also trotzdem hat sie den Bogen ja auch gekriegt. Später in der Staffel wird ja Diana etwas selbstbewusster, trotz ihrer Probleme, trotz, dass es sie zerreißt, kämpft sie ja um die Ehe und um die Familie und auch um, ja, wahrscheinlich auch Königin irgendwann zu werden, wenn Charles das alles hinkriegt. Also es ist schon... Ja, damals war noch nicht klar, dass er das eben nicht werden kann. Und insofern gab es da tatsächlich berechtigte Möglichkeit, dass er noch König wird. Was man hier auch sieht und es ist das erste Mal, dass das so dargestellt wird. Und deswegen sind einige Folgen auch mit einer sogenannten Trigger- Warnung versehen, ist die Essstörungen, die Diana im Laufe der Beziehung entwickelt hat, werden hier thematisiert und werden auch gezeigt. Das ist sicherlich nicht für jeden was und das ist auch etwas, was einfach diesen Charakter so ein bisschen mehr verdeutlichen soll. Ich hatte folgende Probleme mit der Darstellung. Für mich war das zu sehr schwarz-weiß. Das war mir zu sehr, sie ist die Gute und er ist der Böse, denn auch sie trifft falsche Entscheidungen. Sie haben beide die Möglichkeit quasi zu sagen, wir wollen so nicht mehr, wir können so nicht mehr und sie sind beide schon an den Grenzen gewesen und haben diese Möglichkeiten nicht genutzt. Das ist, kann jetzt sein, dass das natürlich dramatisiert wurde für die Serie und dass es in echt diese Thematiken gar nicht gab, weil die Queen war lange, lange, lange dagegen, dass die sich trennen. Das weiß man jetzt natürlich nicht, aber in der Darstellung der Serie ist mir das zum Teil ein bisschen zu einfach geraten. Aber der Schatzdarsteller, auch wenn er dich oft wütend gemacht hat, muss man schon sagen, der ist im Vergleich zur Staffel davor deutlich besser. Also der spielt wirklich gut und wenn er dich wütend macht, spielt er ja gut. Ja, das stimmt. Kurz einmal hervorheben, weil es immer wieder toll war, die Musik zu hören, ist der Soundtrack. Der Soundtrack besteht momentan aus drei Soundtrack-Alben für die Staffeln 1 bis 3 und Staffel 4 wurden die Stücke aus Staffeln 1 bis 3 zusammengenommen und immer wieder mal eingesetzt und das sind ganz, ganz tolle Musiken. Die Main Theme ist von Hans Zimmer, aber wirklich nur dieses eine Stück, der Rest ist von anderen und da kann ich auch nur empfehlen, hört da mal rein. Ich habe mich da immer wieder gefreut. So, zehn Folgen, eine Stunde, hatte es Längen oder hast du dich die ganze Zeit durchweg gut amüsiert? Also es war sehr kurzweilig, muss ich wirklich sagen. Also das, was du eben erwähnt hast, auch die Musik, die tollen Aufnahmen, wirklich teilweise malerisch, wirklich gut gemacht, muss man sagen. Also ich habe zwar am Ende des Tages schon meinen Hintern gespürt, weil er dann schon viel auf dem Sofa gesaß, aber es war nie, wo ich sage, ach nö, lass mal abbrechen und später weitergucken. Man wollte mehr, also Suchtcharakter auf jeden Fall. Das ist gut. So ging es mir auch und wir hatten auch wirklich Spaß. Und ich bin guter Dinge, dass wir auch die anderen Staffeln dann nochmal zusammen als Team uns ansehen. Auf einer Skala von eins bis fünf. Ich möchte mir noch einen Einwand einbringen. Ja, dann los, immer rauf damit. Also was mir nicht gefallen hat, das möchte ich auch gerne nochmal kurz sagen, waren die Jagdszenen. Jagen gehört zum Stand dazu. Ich habe das ja verstanden. Royals, was auch immer, jagen gerne. Das war mir zu viel. Ich, das, nee, muss ich nicht haben. Aber gut, das ist meine persönliche Einstellung zur Jagd und auch zu zu diesem Sport, nennt man das ja. Ja, ja, ja. Das wird auch an einer Stelle erklärt. Die Queen macht das tatsächlich mal zum Thema. Als Margaret Thatcher nämlich zum Besuch kommt, ist sie nicht für die Jagd beziehungsweise überhaupt für irgendetwas Outdoor gekleidet und steht dann in einem knallbunten blauen Dress, in einem schönen blauen Dress auf dem Hof, während alle anderen ihre Wachsjacken anhaben und dicke Stiefel und dann nämlich Stalking gehen. Das heißt, einem verwundeten Tier ewig lange Tage lang hinterherlaufen, bis sie es dann endlich töten können. Diese Szene war natürlich dramaturgisch wichtig. Sie sollte nochmal darstellen, wie fehl am Platz sich Margaret Thatcher mit den Royals geführt hat. Und das war ja auch ein großer Teil ihrer Politik. Sie hat auch alle, die dieses Royal Behavior haben in ihrer Partei, so nach und nach eigentlich aussortiert, um mehr Bodenständigkeit reinzubekommen. Und diese Szene sollte das verdeutlichen. Dass das in Tatsache mal so passiert ist, ist eher unwahrscheinlich. Man weiß schon, wenn man da in die Outlands fährt, wie man sich da anzieht. Aber ja, ich fand das mit dem Jagen auch zu viel. Wir sind da eben nicht so für, aber das ist nur so eine Geschmackssache und nur so ein kleines Teil. Wir können auf jeden Fall empfehlen, die Staffel, wir können auch empfehlen, dass man einfach mit der vierten anfängt. Das hat dir auch, das hat dir Freude gemacht. Ja. Denn jede Staffel steht für eine bestimmte Epoche. Und das ist die Epoche, zumindest ist das bei mir so, die mir am präsentesten war. Einfach 79 bis 90. Das war auch das, ja, ja, so alt bin ich schon. Für mich ist das alles relativ präsent. Ich habe, man hat das viel mitbekommen mit Charles und Diana. Man hat auch viel mitbekommen, die Falklandkriege und die Rezession, die in die Britannien gefallen ist. Also ich fand die Aufarbeitung dieser Thematiken sehr, sehr schön. So, ich habe es ja gerade schon mal versucht. Jetzt versuche ich es nochmal. Wir vergeben hier immer ganz gerne Punkte. Diesmal vergeben wir natürlich kleine Krönchen. Okay. Und auf der Skala von ein bis fünf Krönchen kannst du jetzt vergeben, was du möchtest. Ich mache das vorab und überlasse dir dann das letzte Wort, was das angeht. Sonst nicht. Also für mich ist das hier eine glatte 4,5. Ich habe mich in keiner Sekunde gelangweilt und es stört mich auch nicht, dass da ein paar Sachen überdramatisiert werden oder wegen der Erzählstruktur angepasst wurden. Es gibt so ein, zwei Szenen, da wird jetzt haarklein diskutiert. Gab es diesen Brief? Gab es dieses Treffen? Das ist mir im Grunde egal, weil es bringt Geschichte voran und das ist hier wichtig. Jede Folge ist wirklich so, dass da keine Länge ist. Die Schauspieler sind großartig. Allen voran finde ich Gillian Anderson sensationell als Margaret Thatcher. Und wie gesagt, ich liebe auch die Musik. Man merkt, dass hier Geld reingeflossen ist. Die Staffel 5 und 6 werden folgen. Mit der 6. hört das Ganze dann auch auf. Das macht rein rechnerisch ja auch Sinn, weil dann sind wir in den 2000ern irgendwo. Und ich freue mich da schon auf mehr. Ja, also von meiner Stelle gibt es vier Krönchen. Vier Krönchen, diese halbe schenke ich mir, weil als Einsteiger habe ich noch nicht diese tiefe Beziehung zu den Royals aufgebaut. Daher wirklich gut, empfehlenswert, vier. Ja, liebe Freunde, das war's von uns. Paula, vielen Dank, dass du hier warst und hier eingesprungen bist. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht machen wir das ja sogar noch mal wieder. Mal sehen. So, ihr da draußen. Viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sei zu Hause, bevor es dunkel ist. Hat deine Mutter das auch zu dir gesagt? Also meine auf jeden Fall. Aber darum geht's heute nicht, sondern Home Before Dark, eine Mystery-Serie mit wahrem Kern. Die ist neu bei Apple und über die möchte ich ganz gerne reden. Am anderen Ende habe ich jemanden. Hallo, wer ist da draußen? Hallo, hier ist der Paul. Ah, der Paul. Und Paul, führ uns mal kurz ein. Was ist Home Before Dark? Ja, bei Home Before Dark geht's um ein junges Mädchen, das mit ihrer Familie in eine kleine Stadt am See zieht, in der ihr Vater aufgewachsen ist. Und dort kommt sie so nach und nach. Sie ist sehr, sehr gerne als Journalistin, als junge Journalistin tätig. Und sie kommt nach und nach einem alten Mordfall auf die Spur. Und aus diesem Mordfall entspinnt sich dann ja fast eine ganze Verschwörung um diese kleine Stadt. Ja, jetzt könnte man denken, das ist ja, ja, Hollywood. Alles an diesem Setting ist wie Hollywood. Also jede Einstellung schreit Hollywood und es ist richtig gut gedreht. Aber das ganze Ding hat tatsächlich ein reales Vorbild. In der Serie lernen wir Hilde Liskow kennen. Und die echte Hilde, hieß zwar nicht Liskow mit Nachnamen, sondern Lisiek, ist inzwischen 13 Jahre alt. Und als sie neun war, hat sie tatsächlich mit einer Nachrichtenmeldung über einen Mord in ihrem Ort einen richtigen Kuh gelandet. Und schneller als alle anderen Medien und journalistisch sauber vor allem, hat sie alle Fakten zusammengetragen und veröffentlicht. Also das Ganze ist, wenn man das noch im Hintergrund hat oder sowas, finde ich dann noch gleich ein bisschen spannender. Natürlich ist das hier ein bisschen aufgebauscht. Das ist doch ganz klar. Aber so, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor ich nachher zu meinem Fazit komme. Zehn Folgen. Ich habe mich in keiner einzigen Folge gelangweilt. Die Folgen gehen immer so, ja, ich glaube, eine knappe Stunde. Und das Setting und die Schauspieler und die Geschichte ist so spannend. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen an früher erinnert, an alte Filme, an Filme, die Steven Spielberg früher machen konnte. Weil der konnte halt alt und jung zusammenbringen. Und dieses Gefühl hatte ich hier wieder. Wie ging dir das? Ja, also ich habe das auch innerhalb von zwei Tagen, habe ich das durchgeguckt. Ich habe die Staffel quasi gesplittet. Fünf Folgen an dem einen Abend und fünf Folgen an dem anderen Abend. Hatte ich erst gar nicht vor. Ich dachte, ich gucke mal in die zwei Folgen rein. Aber ich war dann auch so drin, dass ich mir das dann auch ganz schnell hintereinander angeguckt habe. Und ich hatte ähnliche Wipes, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich hatte dann noch so ein bisschen was mit dieser kleinen Stadt. Und Twin Peaks kam so bei mir noch rein. Oder auch so ein bisschen Stranger Things, nur ohne Monster. Und ohne diese krassen 80er. Aber doch, ich war auf jeden Fall drin. Ja, wir verfolgen ja hier Hilde und ein paar Freunde, die sie dann hat. Das sind Kids. Und das ist natürlich in Serien wie in Filmen immer schwierig, finde ich. Also es gibt Kinder, die spielen das sensationell. Und es gibt Kinder, die gehen einem nach 20 Minuten auf den Sack. Mein Lieblingsbeispiel für Kinder, die nie wieder schauspielern sollten, ist der Junge aus Artemis Foul. Also der sollte lieber eine Banklehre machen oder irgendwas anderes. Aber auf keinen Fall mehr schauspielern. Aber hier, Brooklyn Prince spielt die kleine Hilde. Und auch wenn ihre Freunde so ein bisschen aufgesetzt wirken tatsächlich, die sind schon sehr derbe cool für Neunjährige. Aber die nerven trotzdem nicht, sondern das geht mehr so in Richtung wie Goonies-Style. Es gibt halt die Schlaue und die Hilde führt die zusammen. Und das Ganze ist jetzt aber nicht, falls jetzt der eine oder andere draußen denkt, oh Gott, jetzt verfolgen wir die ganze Zeit nur die Kinder oder sowas. Nee, das ist es nicht. Sondern hier wird richtig gut die Balance gehalten zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Denn auch die Erwachsenen haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Die haben alle ein dunkles Geheimnis oder sind Teil von diesem großen Geheimnis, was diesen Ort umgibt. Und das ist ja genau das, worauf es ankommt, diese Balance zu schaffen mit allem. Und das, finde ich, haben sie hier richtig super gemacht. Ja, genau. Und gerade auch Brooklyn Prince. Ich weiß nicht, die kennt man ja vielleicht auch aus The Florida Project, wo sie an Seiten von Willem Dafoe gespielt hat. Und da hat sie auch schon gezeigt, was sie kann. Willem Dafoe! Und ja, also sie macht das hier auch wieder sehr gut. Ich kannte die gar nicht. Ich bin da gar nicht so richtig tief in die Analyse gegangen, wer da mitspielt, weil ich habe das einfach so auf mich wirken lassen. Viele der Schauspieler habe ich hier tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Und die machen alle, dadurch sind sie auch unverbraucht, was ich super fand. Und wir können schon mal sagen, nach diesen zehn Folgen ist nicht Schluss. Denn noch bevor das ausgestrahlt wurde, wurde die Serie schon wegen sehr guter Vorab-Reviews für eine zweite Staffel verlängert. Was mich persönlich sehr, sehr freut. Ja, mich auch auf jeden Fall. Denn, wie du schon gesagt hast, am Ende ist es nicht zu Ende, sondern man will schon wissen, wie es weitergeht. Genau. Wir wollen hier natürlich gar nicht spoilern. Ich würde auch sagen, lest euch da nicht zu sehr ein oder sowas. Lasst es einfach auf euch alles wirken. Als Dana Fox, das ist diejenige, die sich das ja so ausgedacht hat, gesagt bekommen hat, es wird eine zweite Staffel geben, bevor die erste gelaufen ist, hat sie gesagt, das wird sich lohnen. Und das glaube ich auch, das nehme ich denen ab. Die Dana Fox kannte ich vorher nicht so richtig. Sie hat so einen Liebesfilm mal gemacht mit Ashton Kutscher und Cameron Diaz und sowas. Das sind alles eher so kleinere Sachen. Aber hier hat sie richtig den Nagel auf den Kopf getroffen, hat genau die richtige Mischung zwischen Kinder-Erwachsenen-Spannung. Auch ein bisschen Komik ist dabei, wie die Kinder die Erwachsenen austricksen. Und es ist einfach durchweg spannend. Ja. Und es ist auch durchaus düster. Also gerade in der ersten Episode, ich sag mal so, nach 20 Minuten ist man da und dann geht es auch in Anführungszeichen zur Sache, denn dann gibt es diesen Mordfall und dann wird es auch, also da gibt es auch schon durchaus dunkle Momente, auch wenn sie natürlich immer wieder, also es gibt auch flotte und echt lustige Momente. Also man schafft hier, wie du schon gesagt hast, diese Waage zwischen all dem, zwischen düster und auch dunkel oder, äh, zwischen düster und lustig und zwischen dramatisch und heiter oder traurig und, und heiter. Und genau diese Waage zwischen den Jungdarstellern und den Erwachsenen, weil die Erwachsenen, Hildi stößt das Ganze so ein bisschen an, aber dann verstrickt sich das auch immer weiter und die Erwachsenen sehen sich selbst mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Und das ist alles in eine Waagschale geworfen und das gleicht sich alles wunderbar aus. Ja, wer jetzt noch ein bisschen mehr zur Story braucht, ähm, können wir noch zwei, drei Sätze dazu verlieren. Denn Hildi wohnt eigentlich mit ihren Eltern in einer Großstadt in New York und war es gewohnt, dass ihr Vater ist Kriminalreporter und der hat sie immer schon mitgenommen. Daher kommt die Liebe zum Reporter sein. Das ist jetzt also nichts, was sie sich da plötzlich ausdenkt, sondern ganz im Gegenteil. Sie kommt dann auf dieses Dorf und denkt sich, was mache ich hier? Außer über, über Leute, die Kühe schubsen, kann ich hier nichts berichten. Aber weit gefehlt, denn man merkt sehr schnell, dass ihr Vater irgendwie ein dunkles Trauma hat und deswegen auch jahrzehntelang seinen Geburtsort vernachlässigt hat. Und kaum kommt er in die Stadt, löst das halt eine Kette von Ereignissen aus, die am Ende tatsächlich aussehen wie eine große Verschwörung, an der irgendwie alle mit was zu tun haben. Und die Hilde ist hier tatsächlich so, dass man sagen kann, die hat so ein bisschen dieses Düsternis von der Wednesday Addams, aus der Addams Family, finde ich. Und sie ist halt mutig und tough wie, keine Ahnung, die Mädchen, die jetzt für Fridays for Future, Greta Thunberg mäßig auf die Straße gehen, die lässt sich auch nicht sagen, nein, gibt es bei ihr nicht. Wenn andere irgendwie sich traurig zurückziehen würden, weil sie gedisst wird oder sowas, stellt die sich auf den Tisch und liest ihre Hate-Kommentare erst mal vor. Und das finde ich wirklich gut. Klar, die eine oder andere Szene kann man sagen, das ist jetzt aber ein bisschen aufgesetzt und das ist kitschig. Ja, aber nehmt bitte mit. Das ist die Art, wie man es machen soll, konfrontieren. Und der Mord an sich, der da passiert, die ganze Verschwörungsgeschichte ist in sich dicht. Die hat keine Lücken. Ja, und deswegen ist es halt eben, für mich war das eine Serie, als ich den Trailer gesehen habe, da wusste ich, das muss ich gucken. Wir haben das auch innerhalb von zwei Tagen weggeguckt. Und ja, leider müssen wir jetzt alle noch ein, zwei Jahre warten, bis die neue Staffel kommt. Aber diese hier läuft jetzt aktuell auf Apple und die können wir auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, definitiv. Ich habe es vor einigen Wochen kam, auf Netflix der Film Enola Holmes, wo es auch um eine Jugenddetektivin ging. Und der Film war ja so, hm. Und ich habe mir dann so gedacht, während ich die Serie gesehen habe, ey, vergesst Enola Holmes. Die richtige Enola Holmes heißt Hildi und die gibt es nur bei Apple TV. Ja, guck an. Ich habe Enola Holmes auch gesehen, ich hatte nicht so viel Spaß bei ihr wie bei Hildi. Und ja, klar. Also wir haben ja auch diese Sherlock-Holmes-Komponente hier. Hildi kann ja auch den Tatort scannen, wie es nur ein Sherlock Holmes kann. Das wirkt so ein bisschen wie im Computerspiel. Das ist, ja klar, das ist ein Gag. Das ist irgendwie witzig. Und das ist so ein Eye-Catcher, das sie so durch den Raum scannt. Und dann werden so Objekte hochgetan. Aber das spielt alles überhaupt keine Rolle, weil du bist komplett drinne. Die ist lieb, die ist nett. Und du willst, dass sie diesen Fall löst. Und du willst dem einen oder anderen Erwachsenen einfach auch gerne mal in den Arsch treten. Und ja, es ist einfach ein wunderbarer Schauspieler. Ja. Wir haben auch einen sehr diversen Cast und vor allen Dingen auch sehr starke Frauenrollen. Ja. Ja, jede Frau, die da drin ist, ist auf ihre Art stark. Auch wenn sie ein bisschen was Dunkles hat manchmal. Ja, schade ist natürlich, dass ... Also ich finde es schade, die Schauspielerin, die ganz am Anfang quasi die einzige ist, die mit Hildi redet, dass sie einen so kurzen Auftritt hat. Weil ich hätte mir schon noch ganz gerne gewünscht, dass sie vielleicht auch einen düsteren Charakter an ihrer Seite bekommt aus der Erwachsenenwelt, weil die sind alle sehr, sehr hilfsbereit. Aber ja, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Es hat so ein bisschen 80s-Flashbacks, ohne dass es in den 80s spielt. Man hat so ein paar klare Referenzen. Man hat zum Beispiel so einen 80er-Ball. Da hatte ich dann voll den Stranger-Things-Flashback. Und es ist ja so, mittlerweile ... Es gibt so viele Serien, viele werden gestartet, viele werden abgesetzt, nachdem sie kurz gestartet sind. Das hier ist eine, die wird eine zweite Staffel kriegen. Und das ist schon mal solid, das wissen wir. Es gibt ein paar Kritiken, die reden von 10 von 10. Da bin ich nicht. Aber das hier ist für mich auf jeden Fall richtig, richtig solide abgeliefert. Das Pacing stimmt, die Farbgebung stimmt, die Musik ist gut eingesetzt. Wäre das ein Film, wäre das ein richtig Spitzenfilm. Wahrscheinlich einer der Besten des Jahres für die ganze Familie. So ist es als Serie. Kann man sich das in 10 Häppchen angucken. Und ... Ja, da klar. Also, du hast natürlich in so einer Serie dann solche, die für die ... Solche Dinge, die für die Erzählung eingebaut wurden, sind, die jetzt vielleicht so erst mal unrealistisch sind. Oder wie du gesagt hast, die dann sehr pathetisch oder sehr kitschig sind, wenn sie sich dann wirklich über alle anderen erhebt oder so. Da muss man sie dann wahrscheinlich für sich abwägen. Kann man damit ... Kann man sich das einfach angucken, ohne sich davon gestört zu fühlen. Genau. Dieser ganze Fall an sich, der ist ja auch eher dann so ein bisschen konstruiert. Diese Hinweise, die kommen natürlich dann immer so, wie es die Serie braucht, wie es die Spannung von dieser Serie abverlangt. Aber man weiß es nicht. Man muss sich vielleicht dann auch nicht dran aufhängen. Nee, auf gar keinen Fall. Weil das ist von vielen Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe, ist die hier sehr, sehr weit oben. Die hat viel Spaß gemacht. Ich werde die zum Release der zweiten Staffel sicherlich auch noch mal gucken. Und ich komme damit kurz und knapp zu meinem Fazit. Ich vergebe hier vier von fünf Schreibmaschinen für die Serie. Sehr gut. Ja, ich schließe mich bei vier von fünf Schreibmaschinen an. Ich war sehr gespannt auf diese ganzen Folgen. Und ich habe vorher nicht mal den Trailer gesehen. Also ich habe, als du gesagt hast, dass du diese Serie sehr gerne besprechen möchtest, habe ich gesagt, okay, ich gucke rein, ich vertraue dir und bin auch sehr dankbar für diese Empfehlung. Und vielleicht können wir diese Empfehlung ja jetzt auch so ein bisschen nach außen tragen. Genau, vier von fünf Schreibmaschinen. Sehr schön. Damit absolute Empfehlung von uns. Ich bin der Mo. Ich sage jetzt Tschüss. Ach so, Mensch, wir haben gar nicht gesagt. Wir sind übrigens der Telestammtisch. Aber ja, manchmal geht das unter, wenn man so im Gefecht ist. Und wir machen ja Podcast manchmal auch ein bisschen anders. Wir sind also zwei vom Telestammtisch und hatten jetzt hier viel Spaß mit der Besprechung. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr nicht wisst, was ihr morgen gucken sollt, schaut euch diese Serie an. Ich überlasse dir das letzte Wort. Genau, es gibt auch eine kostenlose Probewoche, da kann man die Serie gut durchsuchen. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Hier ist wieder euer Sam und heute habe ich wieder brandneues Futter am Start, nämlich einen Neuling. Und zwar den lieben, stell dich doch am liebsten selber vor. Wer bist du denn? Ja, dann sage ich mal Hallöchen. Das ist so mein Running Gag. Ich bin der Tobias, komme aus der Nähe von Frankfurt und ja, hänge eigentlich nur vor der Glotze. Okay. Okay, vor der Glotze mit Filme und Serien. Genau. Alles, was so mit Science Fiction zu tun hat, ist so Mines, Aliens, Raumschiffe, Zeitreisen. Da bin ich vorher in Flamme für. Da bist du richtig bei mir. Gut, wenn wir über Filme und Serien gerade sprechen, was waren denn deine letzten drei Filme beziehungsweise Serien, die du zuletzt geschaut hast? Also aktuell bin ich an Star Trek Discovery dran. Jede Woche eine Folge. Das ist, glaube ich, die dritte Staffel jetzt, ne? Genau, dritte Staffel läuft jetzt. Ich glaube, fünfte Folge am Freitag habe ich verpasst bisher. Star Trek Deep Space Nine mache ich, rewatch. Was habe ich noch? Wenn man so viel guckt, dann weiß man es irgendwann gar nicht mehr. Ich kenne das Problem. Ich kenne das Problem. Ich weiß nicht. Irgendwas Unwichtiges war es auf alle Fälle, sonst würde ich es wissen. Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, was dein letzter Kinofilm war? Das ist ja schon länger her. Der letzte Film, der letzte richtige Film, den ich im Kino geguckt habe, war Zurück in die Zukunft Teil 3. Im Kino? Im Kino, ja. Als Re-Aufführung? Ja, ja, genau. War Dezember letztes Jahr. Okay. Da durfte ich mal wieder rein. Ja, ja, wie gesagt, ist schon lang her. Wird Zeit, dass wieder die Kinos öffnen. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema für heute. Und zwar, da du nämlich Frischfleisch bist, haben wir uns zusammen einen Film angeschaut. Und zwar von der Produktionsstätte Tobias Film. Und hier handelt es sich um den Film Das Haus der Geheimnisse. Der Film ist ab zwölf Jahren, startet jetzt am 19.11. digital. Und am 3. Dezember, glaube ich, kommt er auf Disc. Ist von Sean Olsen, kenne ich nicht. Mitmachen tut Tanner Basharhan. Der spielt in irgendeiner Serie mit. Ich glaube, das war bei Cobra Kai. Kann das sein? Unbekannter Name für mich. Ja, also die Schauspieler sind jetzt semi-bekannt. Also ich kenne sie alle nicht. Es soll ein Family Sci-Fi sein und geht ungefähr eine Stunde 38. Möchtest du denn uns kurz erklären, um was es denn geht in dem Film? Naja, relativ kurz zusammengefasst geht es um eine Gruppe Schüler, die von einem Tony Stark-Ersatz, die von einem Tony Stark-Ersatz, also Philanthrop und Millionär dazu aufgefordert werden, ein Rätsel oder eine Art Escape-Room-Game in einer Villa zu spielen. Und der Gewinner des Ganzen bekommt dann das Grundstück samt milliardenschwerem Haus. So eigentlich war es das Grund im Grunde schon. Also inhaltlich nicht so der Burner. Nee, es geht. Also viele Szenen sind vorausschaubar. Man weiß fast immer, was passiert, außer wenn das passiert, was es in einer Szene wirklich böse gibt. Und zwar völlig unmögliche Sachen. Also das Drehbuch mag vielleicht ganz interessant geschrieben worden sein, jedoch es erinnert an einen Highschool-Musical-Film mit sehr viel unlogischem Science-Fiction-Kram. Ja, das empfinde ich ähnlich. Was ich ganz lustig finde, ist nämlich in der Filmbeschreibung stand großartiges Science-Fiction-Abenteuer für die ganze Familie mit einem spannender Mix aus Ready Player One und Maze Runner. Hattest du die Eingebung oder das Gefühl, dass es irgendwas mit Ready Player One oder Maze Runner zu tun hatte? Aber absolut nicht. Überhaupt nicht, gell? Ich verstehe gar nicht, wie die auf diesen Vergleich kommen. Gar nicht. Ready Player One vielleicht wegen dieser VR-Brille, was ja eigentlich auch nur ein ganz kleines Teil-Segment in diesem Film spielt. Und Maze Runner, Labyrinth, ja, sie ziehen durch das Haus. Ja, also wenn du es danach siehst, dann könnte es auch Charlie die Schokoladenfabrik sein, weil einer die ganze Zeit irgendwelche Schokobungs frisst. Ja. Also sehr weit hergeholt. Und einige Szenen, muss ich sagen, wenn er ab 12 ist, gut und gerne. Jedoch Familienfilm finde ich in manchen Szenen echt ein bisschen hart. Hast du dafür ein Beispiel? Ja, hatte ich auch. Ja. Es waren so drei, vier Szenen, wenn du dich erinnerst, an diesen Raum mit dem Rauch, mit dem Erstickungsanfälle. Also ganz ehrlich, das würde ich vielleicht mit meiner zwölfjährigen Tochter vielleicht noch gucken. Aber als Familienfilm beschreibt man doch Filme, die eigentlich was Positives ausstrahlen. So, Marx, König der Löwen. Ja, ja. Weiß, was du meinst. Nee. An der Beschreibung vorbei, eindeutig. Ich fand auch die Szene mit dem Vater und dem Schlägertyp, sag ich mal, fand ich auch sehr ergreifend, weil, wo ich mir gedacht habe, und das soll ich mir jetzt mit meinem kleinen Sohn oder so angucken. Richtig. Oder auch die Trennungsszene von der Max, die Hauptdarstellerin in dem Film, wie sie da die Diskussion startet, warum er sie damals verlassen hat, fand ich auch ein bisschen für Familienfilme. Ja. Aber mir geht einfach diese Szene nicht aus dem Kopf, erinnerst du dich? Also für alle, die das sehen möchten, das Anwesen, das Gebäude erinnert sehr an Sarah, die mal aus der Serie, hab ich gerade vergessen. Wie heißt die Serie? Eureka. Eureka, ja. Da gibt's dieses intelligente Haus, daran erinnert das sehr stark. Und was mich nicht loslässt, ist die Szene, in dem dieser eine Junge in diesen Fahrstuhl einsteigt und in der Schule rauskommt. Ja. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und habe es dann gelassen, weil es gibt keinen Sinn. Nee, es gibt mehrere Szenen in dem Film, wo kein Sinn gegeben. Das ist richtig. Genauso wie die Szene mit dem jungen Mädchen, die auf Followers und Instagram-Likes aus sind und dann in ein Badezimmer eingesperrt wird und auf einmal hat das Ganze so ein Horror-Vibe, weil das Spiegelbild auf einmal anfängt, mit ihr zu sprechen. Also ihr eigenes Ich. Und da habe ich auch gedacht, hu, ha. War nicht schlecht, aber war gut gemacht. Also die Effekte in dem Film waren mit Sicherheit nicht so günstig wie die Schauspieler. Aber das ist wohl wahr, weil auch die Effekte allgemein waren jetzt nicht schlecht. Ich habe schon viele Filme von TBS gesehen, wo die Effekte auch so Mündungsfeuer aus Waffen oder sowas, wo man gesehen hat, das ist digital nachgearbeitet. Fand ich jetzt in dem Film jetzt nicht so schlimm. Die einzigen, gut, die einzigen Punkte, wo ich sagen muss, waren die Nanobots da, diese kleinen Aufräumroboter. Ah, diese Drohnen nachher. Ja, die wirken. Das war ein bisschen overdressed, ja. Genau, die war ein bisschen, wie du schon sagst, overdressed. Und auch einmal dieser Blitzangriff, wo dieser Roboter-Haushelder da bekommt, die fand ich auch ein bisschen übertrieben. Ja, da ging wohl das Material aus und es musste noch irgendeine Abschlussszene her. So, und wir haben es ja auf Deutsch geguckt. Mhm. Und ich sage es gleich, die Pirius-Film ist nicht dafür bekannt, dass sie gute deutsche Synchron machen. Und ich hatte bei dem Film leider wieder das gleiche Problem. Ich hatte das Gefühl, die Leute haben beim Einsprechen von ihren Texten in eine Tonne reingesprochen oder in irgendeine Blechbüchse oder sowas. Das hat sich sehr hallig angehört. Das ist richtig. Ja, hat das gleiche Gefühl. Ich muss dazu sagen, beruflich habe ich mit vielen Synchronsprecher in Deutschland zu tun. Ich kenne auch sehr namenhafte Leute. Und das ganze Thema drumherum. Also, man muss dazu sagen, diese Synchronsprecher haben mit Sicherheit noch nicht sehr viel gesprochen. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort ging, aber das klang so wie auswendig gelernt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so, als würde man es vor einer Klasse vortragen. Richtig. Stocksteif. Bloß keine Buchstaben verschlucken. Perfektes Deutsch. Und das passt halt einfach nicht. Richtig, vor allem, wenn man fünf Jugendliche hat in einem Film, wo man schon am Aussehen sieht, dass der eine eher so einen Slang sprechen müsste, weil er halt der Schlägertyp ist. Der andere ist voll der Computerfreak. Der hat dann eigentlich eher so die Computersprache drauf. Mhm. Und die haben wirklich, wie du schon sagst, so stocksteif, hochdeutsch und bloß keine zu große Betonung und so gemacht. Das erinnert an Synchrot der ARD, so aus den 80ern, so statt Scheiße, so ach, verflixt. Ja, richtig. Oder so wie damals die alten GZSZ-Zeiten, oh nein, er stirbt jetzt bald. Richtig, genau das, ja. Ja. Sehr schön. Ist dir noch sonst irgendwas aufgefallen an dem Film, was du jetzt noch gerne erwähnen würdest? So irgendeine Szene, wo du sagen würdest, ja, die fand ich gut. Ja, das Ende fand ich gut und den Abspann. Ja. Ansonsten fällt mir da tatsächlich nicht viel ein, außer dass ich mich an der Hauptfigur, die es diesen typischen Nerd verkörpert, eigentlich nicht satt sehen konnte, weil es war sehr, sehr realistisch dargestellt. Viele Basteleien, was sie selbst macht. Und also mir hat's gefallen. Es hätte ruhig weitergehen können. Aber sie musste ja später halt doch eher die Führungsrolle übernehmen im Film. Also im Groben gesagt, ich fand's okay. Ich fand's einfach okay. Nicht mehr, nicht weniger. Man kann ihn noch mal gucken, wenn er noch mal irgendwann im Fernsehen läuft. Aber kaufen würde ich ihn tatsächlich nicht oder leihen. Ja, oder wäre man jetzt an dem nächsten Punkt, den ich dich gefragt hätte, wem würdest du den empfehlen? Würdest du den im Kino empfehlen? Er kommt natürlich nicht ins Kino. Wir wissen ja, er kommt nur digital und auf Disc. Aber wäre es für dich zum Beispiel eine Kinoempfehlung oder eine Kaufempfehlung? Oder wäre es für dich eine Empfehlung zu sagen, euch zu wartet lieber, bis ihr irgendwann mal im Free-TV kommt und schaut euch dann da an? Genau. Das ist so ein Film, den ich nebenher von einer digitalen Videostreaming-Plattform laufen lassen würde, so nebenher. Aber mehr nicht. Sonntagsmittag, so 16 Uhr kommen solche Filme gerne mal auf Sender mit drei Buchstaben. Das ist auch gut, ja. Gut, dann brauchen wir im Prinzip kein Fazit zu vergeben. Das haben wir jetzt schon getan. Aber Punkte vergeben wir gerne beim Tele-Stammtisch und zwar immer eins bis fünf, beziehungsweise von null bis fünf. Da wir aber jetzt nicht sagen Punkte, sondern wir ergänzen es immer durch jede nach Film, würde ich sagen, wir vergeben jetzt null von fünf Nanobots. Wie viele Nanobots wird es denn vergeben für den Film? Also ich würde einen. Einen. Einen würde ich vergeben. Ja, weil es ja doch ganz interessant war zu schauen, aber mehr als einen hat er nicht verdient von mir. Ja, da bin ich bei dir. Ich würde auch sagen, er war eigentlich für die eineinhalb Stunden war er kurzweilig. War jetzt kein Meisterwerk, man konnte ihn gut angucken, aber war jetzt auch nicht die große Welt. Also ich bin da bei dir mit einem Punkt, äh ein Nanopod. Sag ich selber Punkte. Gut, hast du dann noch irgendwas, was du anmerken möchtest für dich, zum Beispiel Eigenwerbung? Hört in meinen Podcast rein oder so. Ansonsten wären wir nämlich am Ende. Ja, ich würde empfehlen, auf alle Fälle diese Folge zu hören, weil es meine erste ist hier beim Telestammtisch und wenn ich Glück habe und alle zufrieden sind und dann würde ich auch empfehlen, die nächste zu hören, bei der ich dabei bin. Für alles andere möchte ich einfach für mich behalten und die Leute den Spaß an der Folge lassen. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch, Tobias. Ich habe zu danken. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, dass ihr zugehorcht habt und wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend, je nachdem wann ihr es hört und bis dann. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben, unserer Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie noch die Gelegenheit, uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.